Musik Göxel aus Berlin fragt, wie viele Flüchtlinge kann Deutschland überhaupt noch aufnehmen? Müsste es keine europäische Höchstgrenze geben? Nun, meines Erachtens irrt sich, Horst Seehofer. Man kann Höchstgrenzen bezogen auf Flüchtlinge nicht festlegen. Das kann niemand. Wir haben gegenwärtig 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht und nur ein Bruchteil von ihnen kommt nach Europa. Wir haben ein Grundrecht auf Asyl und ein Recht auf den Schutz des Lebens bei Menschen, die vor Krieg und Gewalt flüchten. Und dies ist ein Grundrecht, das Menschen bei uns wahrnehmen. Man kann sie aus meiner Sicht nicht aufhalten, denn in dem Moment, wo das Leben in Gefahr ist, das eigene Leben, das Leben der Familie, dann machen sich Menschen auf die Flucht. Und ich denke, dass jeder von ihnen, ich selbst auch, in einer ähnlichen Situation mich auch auf den Weg machen würde, um mich und meine Familie in Sicherheit zu bringen. Frau Jakobensky aus Berlin fragt, müssen wir jetzt befürchten, dass in jedem Land, in der eine Krise ausbricht, die Menschen nach Deutschland kommen? Wie müsste sich die EU-Außenpolitik in der Zukunft gestalten, um solchen Problemen vorzubeugen? Flüchtlingsströme, die Bewegung von Menschen über die Kontinente hinweg ist nichts Neues. Es ist kein neues Phänomen. Ich denke, wir in der Bundesrepublik Deutschland haben eigentlich zu lange weggeschaut. Es hat uns nicht betroffen. Wir haben die Bilder aus Lampedusa gesehen, die Bilder von Menschen, die auf Booten übers Mittelmeer Richtung Europa auf dem Weg sind. Aber wir haben nicht daran gedacht, dass die Menschen eines Tages von Italien aus zum Beispiel auch zu uns kommen. Ich denke, es gibt keine wirklich einfachen Lösungen. Wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz. Und wir müssen vor allem etwas tun, um die Lebensperspektiven der Menschen vor Ort zu stärken. Was gehört dazu? Zum Beispiel die Gesellschaften zu entwickeln, sie zu stärken, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Europa ist gefragt und auch Deutschland ist gefragt, wenn es darum geht, die betroffenen Länder in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zu unterstützen. Wir müssen nachdenken, wie wir unsere Entwicklungspolitik gestalten. Die meisten EU-Mitgliedsländer haben ihre Verpflichtung, zum Beispiel 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts für Entwicklungspolitik auszugeben, leider bis heute nicht erfüllt. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir unsere internationale Handelspolitik gestalten, unsere Landwirtschafts- oder Fischereipolitik. Und wir müssen auch darüber nachdenken, ob es wirklich sinnvoll ist. So viele Rüstungen, wie zum Beispiel Deutschland sie exportiert, in Krisenregionen zu bringen. Wichtig ist, und das, denke ich, zeigt das Beispiel Syrien, dass wir über die Beilegung von Krisen nachdenken können, vor allen Dingen nur in der Richtung, dass es diplomatisch-politische Lösungen geben muss. Man braucht die verschiedenen Konfliktparteien, die sich an einen Tisch setzen und den Willen zum Frieden auch entwickeln. Bilal aus Berlin fragt, wäre es nicht notwendig, in Krisenregionen eine Sicherheits- bzw. Flugverbotszone zu errichten, um derartige Probleme von Anfang an zu lösen? Die Einrichtung von Flugverbotszonen wäre eine Möglichkeit der internationalen Gemeinschaft zur Erzwingung des Friedens. Aber nur eine Möglichkeit, ihre Einrichtung ist ausgesprochen kompliziert. So muss zum Beispiel der UN-Sicherheitsrat ihre Einrichtung beschließen, was aber nicht ausschließt, dass gleichzeitig, während in der Luft keine Militärflugzeuge unterwegs sind und Bomben werfen, gleichzeitig aber am Boden die Kampfhandlung weitergehen. Wenn wir uns die verschiedenen Konflikte dieser Welt anschauen, dann werden wir feststellen, dass sie alle sehr unterschiedlich sind und ich denke, dass sie mit Flugverbotszonen nicht lösbar sind. Vielleicht als Beispiel der Konflikt im Nahen Mittleren Osten, der ja nicht nur Israel und Palästina einschließt, sondern viele Länder der Region betrifft. Ganz generell denke ich, dass der Wille zum Frieden bei allen beteiligten Konfliktparteien immer die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man einen Konflikt lösen kann. Ich denke, dass es zu politisch-diplomatischen Lösungen, zu Verhandlungen keine Alternative gibt. Zunächst ganz grundsätzlich. Ich denke, es verbietet sich, Menschen nach ihrem wirtschaftlichen Nutzen einzuteilen. Es sind Menschen, um die es geht und ich denke auch, dass wir alle miteinander keine Angst haben müssen, zum Beispiel, dass Deutschen der Arbeitsplatz weggenommen wird durch Flüchtlinge oder durch Ausländerinnen und Ausländer. Ganz im Gegenteil. Ich denke, Zuwanderung ist eine Bereicherung und auch eine Chance für unsere Gesellschaft. Die Frage nach der Zahl der Arbeitslosen lässt sich aus meiner Sicht ganz schwer beantworten, denn ich sehe überhaupt keinen direkten Zusammenhang zwischen Flüchtlingszahlen und Arbeitslosenstatistik. Wir alle wissen nicht, wer konkret zu uns kommt. Wir werden sowohl hoch ausgebildete Flüchtlinge in Deutschland haben, als auch weniger Ausgebildete. Unsere Gesellschaft, unser Land ist eine alternde Gesellschaft. Und wir alle wissen auch, dass die Wirtschaft dringend Fachkräfte sucht. Und von daher denke ich, dass sich auch die Wirtschaft schon bereits darauf vorbereitet, Menschen, die zu uns gekommen sind, in den Arbeitsprozess einzugliedern. Und ich denke auch, dass die Integration von Flüchtlingen in unserer Gesellschaft neue Arbeitsplätze schaffen wird. Denken wir zum Beispiel an die Bereiche Bildung, in der Kita, in der Schule, bei Sprachkursen. Und last not but least, es ist sehr interessant, ich habe neulich eine Studie gesehen, wo berechnet worden ist, dass die deutsche Wirtschaftsleistung durch Zuwanderung auch deutlich wachsen wird in den nächsten Jahren. Also alles in allem, ich denke, wir sollten Zuwanderung in Deutschland als Chance für unsere Gesellschaft und auch für die Wirtschaft begreifen. Stefan aus Kassel fragt, warum gibt es in der Frage über die Anzahl der Höchstgrenze an Asylbewerbern keine Volksbefragung? Eine zahlenmäßige Höchstgrenze lässt sich meines Erachtens nicht festlegen, ganz klar. Asyl ist ein individuelles Grundrecht, das jeder Person zusteht. Das sagt unsere Verfassung, das sagt das europäische Recht und das sagt auch das internationale Recht. Und selbstverständlich sind wir als Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, Menschen, die vor Kriegen um ihr Leben fliehen, Schutz zu gewähren. Also das Thema Höchstgrenzen wäre als Thema für eine Volksabstimmung nicht zulässig. Und hinzu kommt, dass wir in Deutschland überhaupt die Möglichkeit eines Volksentscheids auf Bundesebene überhaupt nicht kennen. Das ist in unserem Grundgesetz nicht vorgesehen und es gibt auch keine Möglichkeit, EU-weite Volksabstimmungen durchzuführen. Und zwar egal zu welchem Thema, das ist rechtlich nicht möglich und es wird es auch auf absehbare Zeit, zumindest was EU-weite Volksabstimmung angeht, wahrscheinlich nicht geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017